Willkommen zurück zu Bioshock Infinite, Boreal at Sea, Episode 2 und wir klopfen an die Tür. Mal schauen, was dabei passiert. Was soll denn das heißen? Arschloch. Ich bring dich um. So, ich glaub mal hier bin ich unter Freunden. Gasmaske. Schauen wir uns hier erstmal gemütlich drum. Atlas. Ah, ein Audiobook. As part of a new promotional campaign. There will be no recall of the 58. No recall. Und schon wieder eins. Die denken alle, dass Atlas ein guter Mann ist. Ne, wir können jetzt nicht schon wieder alles in Lockpicks reinhauen. Komm, schauen wir mal, was hier oben im Luftschacht ist, bevor wir uns den alten frostigen Mann holen. Ja, 150 Schuss. Cool. Oh, da ist Eve. Äh. Okay. Ich dachte, wir sind hier unter Freunden. Er hat noch ein Audiobook. Oh my, except someone undercover schmuck, you sent to give you straight dope. Company man. Atlas, he is looking out for you. Ja, er schaut sie nach dir rum. Vielleicht. Noch eine Notiz. Attempt to retrieve Ace in the hole from Su Chong unsuccessful. Ryan Private Security killed three of our men in the bargain. Wer ist Ace? Was ist Ace? Hm. So, was haben wir hier? Nichts mehr. Und wir haben hier wieder Väterchen Frost. So, wir haben Pferdchen Frost. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. So, wir haben fertig den Frost. Shit. Shit. Ich habe nicht mehr generatoren seit dem Kindertag. Wer weiß, dass du hier für Freeloaders bist? Hm. Okay, Munition ist voll. Jetzt durchsuchen wir noch mal kurz die Kistchen. Haben wir hier nicht noch jemand? Nein. Okay. Wir müssen nach hier oben. Und wir gehen raus. Shit, wir haben gar keinen Eve mehr. Okay. Müssen wir hier lang? Ja. Repariere die Lutez-Maschine. Ja. Der Daddy. Shit. Oh-oh. Okay. Ich bin nicht hier. Nein. Ich mache hier nichts mit dir. Ich mache hier nichts mit dir. Ich brauche Eve. Ich brauche Eve. Ich brauche Eve. Ich brauche Eve. Ich brauche dich. 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 Du bist ein Kind. Das bedeutet nichts. Wir sind nicht so enttäuscht. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. In den Luftschacht. Und hoffentlich zurück zur Lutez-Maschine. Geht es hier? Ja. Oh, bitte lass es funktionieren. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich habe doch gerade auf G gedrückt. Komisch. Warum läckst du hier auf einmal immer? Das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid. Ich hoffe auch, dass meine Stimmaufnahme passt. Ja, das haben wir ja schon. Das auch. Ja. Wir müssen ja da zurück. Bei der Party waren wir auch schon. Haben wir nicht alle Akten-Schränke? Oh, wir haben wieder Eve. sehr schön. Hä? Okay. Wir müssen wieder zurück. Wir haben einen Schuss. Für den Big Daddy. Ich habe jetzt gerade ein bisschen ins Höschen gemacht, als der Big Daddy losgelegt hat. Okay, leg dich schlafen. Ach, scheiß drauf. Ruhig bleiben. Ja. 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 Ruhig bleiben. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Oh, der Big Daddy, der macht mir so Sorgen. Oh, der Big Daddy, der macht mir so Sorgen. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Das knapp. Das war so knapp. EVE Update. EVE Update. Ah ja. Beherrschung K.O. Upgrade. Lässt Gegner ohnmächtig werden, sobald der Effekt aufgehört hat. Sehr schön. Drei von vier. Drei von vier. Altisch Scientist unknown. Ryan presumes that she's dead but our guess is that she's gone underground with the Little Sisters options to obtain the Ace are dwindling. Hello. You're Hor unjust. What was your weakness?. You're not get a mattery. What was your weakness? Ehhhhh Shit Nein Okay Okay Das war jetzt scheiße Aaaaaah Ach was ist doch jetzt nicht euer ernst mich wieder hier hinten zu starten Jetzt muss ich mal kurz gucken Jetzt haben wir kein Update mehr Shit So Hier lang Ein Schuss Hier ist niemand Nein wird es nicht Denn ich hau hier ab bevor ihr alle kommt Hoffentlich Okay Ich glaube Stop Wir müssen ein bisschen schneller sein Mal ganz kurz runter kommen Okay Kennen wir schon Da Nicht da Komm schnell 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 Ah 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 So So Der kleine ist abgelenkt Okay Okay Wir müssen Ah 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 Ich muss erstmal Äh Kurz runter kommen Mal Weil es doch jetzt gerade ein bisschen Strange war Ja So Du gehörst mir Das war für immer Little bitch Okay Okay Das gehört schon mir Stimmt Hier sind wir ja lang gekommen Kolumbia Okay 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 So und nun Warum ist der Riss auf einmal weg CO2 Filter einfügen Katodenröhre Katodenröhre Not the perfect phosphor frequency but It'll do Und wo Kommt äh Ah Dazu fehlt mir das Eve Columbia Giant balloons Er hat überall Hä Okay Das wollte ich jetzt gerade gar nicht Er hat überall Ah da ist ja noch ein bisschen Eve Sehr schön Müsste eigentlich reichen Ach Ach das reicht immer noch nicht Hä Ich hab Steve doch Drei Einer fehlt uns Drei Einer fehlt uns Verdammt Aktiviere die Lutez Maschine Aktiviere die Lutez Maschine Wie wir diese aktivieren Sehen wir in der nächsten Folge Bioshock Infinite Boreal at Sea Episode 2 Wie wir diese aktivieren